hallo und herzlich willkommen zum letzten ravensburger adventskalender video und ich habe schon hier die ganzen bälle rausgenommen für das nächste video und zwar möchte ja meine eigene tabelle machen das wird dann vielleicht morgen kommen oder übermorgen heute haben wir den 24 ich hatte es schon leider geöffnet aber gemerkt dass irgendwas verkehrt war egal ich wünsche euch alle einen schönen heilig abend lasst euch reichlich beschenken dann besinnliche weihnachtstage und ja dann öffnen wir jetzt einfach mal türchen 24 und wie wir wissen kommt jetzt hier die meisterschale jetzt kann man das auch hier so gut drauf stellen so sieht die meisterschale aus richtig cool kann man dann hier so rein stellen und dann ja so sieht es dann aus ja also der die kalender haben mir richtig spaß gemacht für euch zu machen hier auf youtube es war ein gutes jahr mal gespannt was das neue jahr bringt ich werde jetzt erstmal ein bisschen pause machen nach was sie wester sage ich mal wie lange ich pause machen weil ich noch nicht aber ich brauche auch mal ein bisschen zeit ja dann sage ich mal frohe festtage und dann vielleicht bis morgen mit dem tabellen video hier mit dem band und dann ciao